Ich habe hier eine ganze Inseratseite und möchte nun dieses Inserat, Bioladen Rübezahl, einmal aus der Seite herausnehmen, das heisst alles ringsherum weg entfernen. Wie mache ich das in Pitstop 09? Ich habe lange gesucht, ich möchte auch das Design Layout hier mit Ihnen in dieser Ausgabe intensiv anschauen. Ich muss hier, um dieses Inserat herauszulösen, den Rahmen auswählen und dann gehe ich in den Pitstop Inspektor. In diesem Pitstop Inspektor kann ich nun beim Zeichen über die Masse, kann ich hier einmal aus der Auswahl einen Seitenrahmen. Also ich habe dieses Inserat markiert mit dem Pfeil und sage nun, ich möchte aus dieser Auswahl von allen Seiten jetzt einmal diese Daten haben. Ich erkenne hier 102 auf 68 und da unten habe ich noch die Möglichkeit, zum Beispiel aus der Mitte von links oben meinen Endformatrahmen noch genauer zu definieren. Das möchte ich jetzt, weil ich möchte eigentlich die schwarze Linie ringsherum, die möchte ich noch entfernt haben. Dazu klicke ich einfach hier hinein und gebe die genauen Masse an. Dann gehe ich in das Design Layout und sage ein Fokusfenster für Design Layout anzeigen. Ich habe mir nun ein Endformat vorbereitet für solch eine Auswahl, eine freie Auswahl. Das kann ich, indem ich hier neu einen neuen Design Layout Bereich anlege. Ich nehme jetzt diesen hier, den kann ich aus Doppelklick auftun und man sieht hier, ich habe wie vorhandener im Formatrahmen ausgewählt. Und wenn ich in die Aktion gehe, dann habe ich hier unten über Aktion globale Änderung auswählen, ausserhalb des Seitenrahmens entfernen, eine Aktion in diesen Rahmen hier hinzugefügt. Das heisst also, jetzt nimmt er aus meiner Auswahl 101 auf 67, nimmt er diese Formate und wird danach das Ganze auch auf diese Formate beschneiden. Dazu muss ich zuerst aktivieren. Achten Sie jetzt auf das Inserat. Jetzt wird hier eine rote Endformat Bezeichnung angelegt und wenn ich sage, auf Seite anwenden, dann sieht man, jetzt ist definitiv beschnitten auf Endformat. Genau, 101 auf 67. Und das ist jetzt garantiert so, das kann ich Ihnen auch zeigen, wenn ich dieses Dokument einmal speichere und nun zurückgehe auf A4. Ich setze jetzt im Beschneidenwerkzeug von Acrobat, gehe ich hin und sage, mach mir den Medienrahmen jetzt auf A4 Grösse. Und wenn ich dem bestätige, dann sehen Sie, jetzt ist wirklich alles ringsherum weggelöscht. Habe lange gesucht, das ist die Lösung.